Ja, aber doch, ich bin doch mit ihm. Einen Moment, einen Moment. Wir wollen doch das alles in Ruhe besprechen. Hila, da gibt's nichts mehr zu besprechen. Du, der ist so kindisch, man kann ja nicht diskutieren mit ihm. Ja, weil du keinen Hang zur Romantik hast, sieht sie im Aus. Man muss doch einmal von den grauen Dingen des Lebens wegkommen und sich an den lustigen, farbigen Dingen des Lebens erfreuen. Jetzt ist einmal Ruhe! Oh Gott, nochmal, das ist ja wie im Kindergarten hier. Hinsetzen! Hinsetzen! So! Meine Herrschaft! Und wenn ihr jetzt so freundlich seid und mir vielleicht mitteilt, worum es geht, dann werde ich mich an eurem Gespräch beteiligen. Hört zu! Wenn ich kann vorlachen! Bitte, bitte, bitte hört zu, Hila! Ich habe großzügig mit ihm, da zieht sie mir aus ein Krampusgeschenk. Wie sich das gehört! Ja, Hila, keine große Kleinigkeit, aber es hat horrendes Geld gekostet! Bist du still! Kurdi, ich bin dir auch wirklich sehr dankbar und ich freue mich, aber nur, wenn du darauf bestehst, dass du mir dieses Geschenk als Krampus verkleidet überreichst, dann verzichte ich darauf! Moment! Kurdi! Entschuldigung! Nein, nein, nein! Du! Einfach verkleiden! Ja, ja! Mit Handeln! Mit einer Rute und anderen! Geh, geh, Hila! Also schau! Wenn man einmal im Leben etwas Diabolisches aus sich herausbringen kann, verdirbt es einen gleich den ganzen Spaß! Diabolisch? Also, ich werde was sagen! Wenn du Lust hast, als Krampus verkleidet, in unserer Gegend vielleicht das ganze Wochenende über die Leute zu erschrecken, mir ist es wurscht! Aber die Hilde hat etwas dagegen! Na und ob? Hila, also! Ich konnte dieses ganze Krampus rummeln und den konnte ich in meiner Kindheit schon nicht ertragen! Der Kurdi, der ist ja so dickköpfig, dem ist das ganze egal, ob der andere darunter leidet! Sieht sie immer aus! Das stimmt doch nicht! Ich habe der Hila und dem Franz ja auch einen Krampus mitgebracht! Lege keinen Wert darauf, ihn hier verkleidet, teuflisch verkleidet zu überreichen! Und diese armseligen Krampus, willst du auch noch verkleidet überbringen? Weg! Wirklich! Also, ich werde das selbstverständlich mitnehmen und werde das dem Franz geben und werde ihn schön grüßen lassen. Und könntest du mir jetzt vielleicht erklären, warum du unbedingt willst, dass die Hilde erschrickt? Aber ich erschrecke sie doch nicht! Sie weiß doch genau, dass ich hinter der Maske stecke! Ja, das ist das blöd! Na du, das ist doch der einzige Moment im ganzen Jahr, wo sie ein bissl vor mir zittert! Ach so ist das! Ach so! Weil du sonst keine Chance hast, bei mir den Macho herauszukommen! Macho zieht sie immer aus! Ich denke jetzt, dass ich, weil du als Krampus kommst, von dir jetzt zum Zittern anfangen! Aber Kurt, geh geh geh! Also da wirklich nicht mit mir! Na geh! Also ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, der Kurt bewegt sich auf seine zweite Kindheit! Wie viel Preis der Kindheit zu! Ja, du fährst ja nur in amerikanischen Schlitten und trinkst nur Champagner, keinen Sekt, natürlich nicht! Und schnaßfest wärst du auch gern, gell? Kaum, kaum! Als Krampus sich zu verkleiden, ja! Ja! Und dann kaufst du sehr viel ein! Ich hab gehört, dass du auch einen Doktor gekauft hast und einen Professor! Ach! Aber Hilla, das ist doch... Was denn? Was ist doch ein Gerücht, das jeder seriösen Grundlage entbehrt! Ich hab's doch nicht notwendig, da mit fremden Titeln zu schwingen! Diesen Titel hab ich mir auf der Freien Universität Ritterswil erworben! Du, ich kann dir sagen, das ist alles Neid von den Menschen! Was spür ich doch genau, wer mit meinen neuen Wagen da die Untersteinergasse durchfährt! Aber spür ich doch, wie die Leute mich mit ihren Blicken von Neid durchsporen! Zierkali haben sie im Blick! Komm, setz dich! Setz dich kurz! Das ist doch das alte! Irgendwo hat die Hilla schon recht, ja! Weil ich denk mir auch oft, was ist jetzt? Reich ist er schon, jetzt will er noch Ehre und Ansehen! Was ist denn da Schreckliches daran, wenn man sich ein bissl Ansehen erwerben will? Der Edi, der Colagenkonstrukteur, ist ja auch Kommerzialrat geworden! Kurth, darf ich dich was fragen? Ja, bitte, bitte! Warum bist du eigentlich nicht mit dem zufrieden, was aus dir geworden ist und was du jetzt bist? Ich meine, was willst du eigentlich bei anderen noch bewirken in deinem Alter? Erzähl mir das! Weißt du, er will sich selbst beweisen! Hilla, du musst das mal sehen, wenn er in der Früh vor dem Spiegel steht! Ich glaube, da begegnet er dem Menschen, den er am liebsten mag! Zizimata, das ist nicht wahr, Zizimata! Der einzige Mensch, den ich am meisten liebe auf der ganzen Welt, muss bis dahin nicht tun! Darf ich dir einen Nobelpussy geben? Kleiner? Bitte! Du wickst doch wirklich jeden ein! Nein! Du brauchst denn dazu noch einen Titel! Ach, hör doch auf! Schau, was ist, Edna, ich möchte dir etwas sagen! Ich möchte, oder wolltest du was sagen? Nein! Du, ich möchte in der Zeitspanne, in der Zeitspanne, die mir noch bleibt, ja auch einmal etwas Großes, Schönes erleben! Ruhm, Ehre, ein bisschen Anerkennung! Du bist schon wieder lang darüber nachgedacht und es kommt ja wieder etwas Dummes bei dir heraus! Wieso? Was heißt denn hier, du möchtest noch eine Zeitspanne ergeben? No! Ein Mensch, ein Mann in den besten Jahren! Sicher! Sicher! Ja! Sicher! Du aber, was soll ich da sagen? Es ist manches schon nicht mehr, so, was soll ich gar nicht sagen, also zum Beispiel, wenn ich, äh, darf ich ein bisschen aufblättern, wenn ich den Arm zum Beispiel runtergebe, ja, so spüre ich gar nichts, ist gar nichts, aber Moment! Ja? Ein bisschen nach hinten, so, ein stechender Schmerz auf der ganzen rechten Seite! Nee, dann musst du zum Arzt gehen, Gurti! Du könnt ja, klein ich kann zum Arzt gehen, außerdem, ich meine, diesen Luxus kann ich mir ja gar nicht leisten! Aber geh auf jetzt, bitte übertreib doch nicht! Also weißt du, bitteschön, da kommst du runter, Kaffee kommt sofort, ja? Auf den Weg! So, bitteschön, Herr Doktor, da ist ja Kaffee! Ich danke Ihnen, Silvia! Na bumm, da schaut's ganz schön nach Regen aus! Also wenn's heut Nacht da irgendwie kälter wird, haben wir morgen den Winter vor der Tür! Apropos Winter, was sagst du, unsere Skifahrer sind wir? Ist das, nein, das war ja, Hedler, super chill, im Wald ist sehr! Ich kann nicht mehr so eine Katastrophe! Was war los? Ich hab die Hülsbreche abgeschnitten! Naja, wie immer! Was heißt, wie immer? Naja, der Beste ist der Ort lieb worden, der ist Fünfter! Aber es ist ja so oft unterbrochen worden, wissen Sie, da war so viel Sturm und geschneit hat's und gestürzt sind so viel! Von Zähne sind dreihund runtergekommen! Können Sie mir das vorstellen? Wer ist das nicht? Erster, das ist so ein Norweger, die haben geschneit! Ah, wahrscheinlich der Wikinger da, der Jan Einer Thorsen! Ja genau, der! Wieso kennen Sie den? Naja, der ist ja letztes Jahr schon so gut gefahren in den Supergym! Ja sicherlich, aber haben Sie das gesehen? Nein, ich hab's nicht gesehen, ich bin leider gerade, seit ich der Früh da... Naja, also es war katastrophal, kann ich Ihnen sagen. Nein, da ist glaube ich der Marder geworden oder sowas. Naja, macht nix, es ist jetzt Saisonbeginn! Entschuldigung, Herr, verzeih Sie sich, aber was ist mit den zwei Trockenstrudeln mit den frischen? Entschuldigung, bitte Herr Dockner, was tust du denn so hektisieren? Was weiß ich, was damit ist? Wenn's der Herr Schäfer nicht herkriegt ist, kann ich's auch noch nicht servieren, ist eh klar! Bitte, Silvio, ich hab dich extra engagiert heute, weil der Meister eh die ein seelisches Tief hat. Ja? Der wartet auf einen Anruf von der Frau Oti und das schon seit Stunden. Sag, ist die Frau Schäfin immer noch auf Urlaub in dem tschechischen Ort da mit dem untersprechlichen Namen? Ganz genau, das ist sie. Und jetzt geh bitte selber in die Küche und kümmere dich selber um die Dockenstrudel, ja? Jawohl! Herr Schäfin! Das sind aber keine Topfenstrudeln, Herr Schäf, das sind Cremeschnitten. Na ja und? Hat der Berne keine Cremeschnitten bestellt? Nein, der hat der Topfenstrudeln bestellt. Herr Schäf, es geht mir ja zwar nix an, aber bitte lass uns einen nicht so fallen. Die Frau Schäfin wird schon anrufen. Ich weiß nicht, die Oti hat angerufen, vielleicht vorhin, wie ich draußen vor der Tür war? Na, sie hat nicht angerufen und draußen vor der Tür waren sie halt den ganzen Tag noch nicht, Herr Schäf. Also wenn die Oti nicht angerufen hat, dann ist sie endgültig böse auf mich. Meine Herren, wenn ihr noch wüsst, wer am Höfel kennt. Wissen Sie was, Herr Schäf? Ja. Essens, ein Cremeschnitten. Weil Zucker stärkt die Nerven, Herr Schäf. Danke. Und wie wär's, Kurt, ich mach dir einen Vorschlag. Bitte. Überreich doch dein viel besprochenes Geschenk. Gib mir deine Tasse. Und als Nicolo verkleidetst du. Na geht. Na ist doch auch eine hübsche Sache. Also schau, Hila, Nicola, wer hat denn Angst vor Nicola? Jetzt hat der ganze Spaß. Schau, Hila, die Sache ist so. Das ganze Jahr über bin ich der sanftmütigste Mensch, den du dir denken hast. Ein Lamm. Aha. Ein geduldiges Lamm. Gewissermaßen. Nein, aber dann könnte ich schon andere Sachen auch erzählen. Aber bitte, bitte, wenn du unbedingt deine verdrängten Machtgelüste austoben willst, aber dann gefällig's nicht bei mir, gell? Nein. Alles Leid. Also irgendwas sagen. Ja. Streit jetzt um des Kaisersbart weiter. Mhm. Und ich geh und mach den Züchel. Ja. Hör auf, gell? Du zieh, 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 zieh. Ja. Und wenn ich dir verspreche, ein kuschelweicher Krampus zu sein mit einer ganz kleinen Rute? Nein, Kurti, nein. Leiden bringt eines Tages Freuden. Erwachsene Menschen, erwachsene Menschen. Christian. Nein! Na sowas, Herr Dr. Reithofer. Sie haben uns aber wahnsinnig lang nicht besucht. Warum eigentlich? Ja, naja. Schauen Sie, zuerst habe ich eine längere Zeit einen Kollegen vertreten und jetzt gibt's wieder Grippe-Fälle. Ich komme. Ja, ja. Ich hab auch einen. Sie auch? Ja. Ich komme Tag und Nacht aus dem weißen Mann. Kommen Sie mal hier runter zu mir. Achja. Entschuldigen Sie die Störung, die Gefahr. Warum? Ich hab gehört, dem Herrn Sektionschef geht's nicht gut. Ich wollte mich nach ihm erkundigen. Ja, das ist lieb, dass Sie das erwähnen. Naja, also mein Mann ist ein bisserl krank. Die letzten Tage waren ein bisserl unangenehm. Also ich war schon ein bisserl verzweifelt mit ihm. Er hat nicht gut ausgesehen. Und wenn man mit jemandem so lang verheiratet ist, dann kennt man ihn ganz genau. Und ich dachte mir, der gefällt mir nicht, der gefällt mir nicht. Geh zum Arzt. Nein! Geh zum Arzt. Ich bitte dich, geh zum Arzt. Was du immer hast. Sie kennen das. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie Männer sein können. Warum ist er denn nicht zu mir in den Lumpen gekommen? Na, er wollte nicht. Er ist also wirklich mit Hängen und Würken. Hab ich ihn dazu gebracht, dass er sich untersuchen lässt im Sanatorium. Also mit Müll und Not. Er liegt da so schön. Jeder tanzt um ihn herum. Er hat doch das so gerne. Es ist ein Kreislaufkollaps, aber kein sehr gefährlicher. Und die werden jetzt den Kreislauf stabilisieren. Und dann werde ich ihn ein bisserl wegschicken. Ja, er soll sich ein bisschen ausruhen. Und zwar in Baden, bei Wien. Denn dort ist auch mein Schwager, der Guido. Und die beiden Brüder sollen sich dort ein bisserl unterhalten. Und ich hab Zeit, endlich meine viele Arbeit zu bewältigen vor Weihnachten. Ich kann nicht sagen, dass ich mich freue. Aber es ist gut, dass die beiden dann weg sind. Kommen Sie weiter. Ja, aber ich will wirklich nicht stören. Überhaupt nicht. Mein Bruder ist da mit seiner Frau. Die kennen Sie doch. Kommen Sie. Gerne. Dankeschön. So. Jetzt schaut euch das, was ich euch bringe. Aber natürlich. Oh, Herr Dr. Reitho. Reitho. Das habe ich nicht gesehen. Das ist ja wunderbar. Begrüße Sie. Begrüße Sie. Begrüße Sie. Sehr schön, dass er mal ein Arzt im Hause ist. Herr Doktor, war Sie gerade zufrieden? Sind Sie da? Ja, ich komme nur zufrieden vorbei. Ja, weil Sie gerade da sind. Darf ich ein bisschen in medias res gehen? Ja, gerne, gerne. Wissen Sie, Herr Doktor, ich leide nämlich an einer furchtbaren Krankheit. Moment. Moment. Ich hole gleich meinen weißen. Nein, nein, nein. Ganz leid. Was fehlt Ihnen? Schauen Sie, Herr Doktor. Darf ich in medias res gehen? Ja, gerne, gerne. Ich hole gleich mit der Tür. Nein, nein, nein. Schauen Sie, wenn ich den Arm so halte, ist nichts. Vorher nichts. Aber in dem Moment, wo ich ein bisschen... Moment. Es ist ein Stecher, der schreit von da bis da und tiefer. Hier, hier, hier. Und so. Also jetzt, Kurt, ich bitte dich. Der Herr Doktor ist hier, um uns einen Besuch abzustatten, aber nicht um dir eine Diagnose zu stellen. Nein, nein, nein. Wenn es noch schlimmes ist, dann kommen Sie sofort zu mir hinunter in die Ordination. Nein, bitte, Herr Doktor. Nein, nein, nein. Nicht Ordination. Da bin ich ganz eigen. Wissen Sie, zum Schluss finden Sie da andere Sachen. Nein, da bin ich ganz verkrampft. Wissen Sie, diese ganze Atmosphäre da mit Stethoskopen, Blutdruckmessern. Da bin ich phobisch, Herr Doktor. Herr Doktor, bitte, machen Sie sich keine Sorgen um meinen Mann. Das ist ein bisschen ein Hypochonder. Ja, 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 ja. Und andererseits, wenn es dir was fehlen würde, wäre er schon längst zu Ihnen gekommen, Herr Doktor. Und ich meine Schwägerin recht. Also bitte, Herr Doktor, jetzt nehmen Sie aber Platz. Gerne. Und jetzt trinken Sie mit uns vielleicht eine Schale Kaffee. Ja, sehr gerne. Wo ist deine Tafel? Okay? Wissen Sie, gnädige Frau, das ist aber gar nicht so schlimm. Schauen Sie, in meinem Beruf ist man nie ganz privat. Ich bin schon daran gewöhnt, dass man mich praktisch bei jeder Gelegenheit um einen ärztlichen Rat fragt. Ja. Beim Sport, in der Sauna. Apropos Sauna, Herr Doktor. Ja. Das ist interessant, wissen Sie, wenn ich in der Sauna bin, besonders in der gemischten Sauna, ist der Schmerz plötzlich wie weggeblasen. Nein. Darf ich Ihnen nochmal die Symptome schildern? Ja, gerne, gerne. Wissen Sie, ich habe den Arm, hier, locker, da ist nix, ne? Ja. Und der Pisslein. Au! 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 Eberne könnten Sie mal noch einen Kaffee bringen, bitte. Bitte, doch eine Melange, kommt zu bald. Oh, ein neuer Gast, hab ich Ihre. Was darfst denn sein, bitte? Eine Kremschnitte. Für mich bitte auch eine Kremschnitte. Äh, ich lass dich vor. Eberne. Was ist denn? Ein Problem. Wieso? Der Herr Schäfer hat gerade die letzten zwei Kremschnitten verdruckt und die Gäste haben da welche bestellt. Was machen wir jetzt? Na ja. Entfiehst einfach die Vanille-Buchtel, da ist auch eine Creme drin, ne? Angewandte Verkaufspsychologie, verstehst? Manchmal tue ich mir schon schwer mit den Intellects. Das verstehe ich. Aber ich weiß ungefähr, was du meinst. Meine Herrschaften, die Cremeschnitten sind leider schon schlafen gegangen, aber wie war's als Alternative mit Buchteln in Vanillesauce? Sehr gut. Sehr gut, kann man das? Ja, ja. Gut, Buchteln in Vanillesauce. Konditorei, Janek. Alles gut. Ist das die Otti? Nein, das ist eine Bestellung, bitte. Ja? Herr Chef! Oh! Herr Chef! Wenn Sie noch so weiter wie Trauerweiden da herumstehen, macht Sie das schlecht auf unseren Umsatz aus? Herr Chef, bitte kommen Sie wieder zu Ihnen. Reißen Sie es jetzt an, machen Sie ein freundliches Gesicht und lächeln Sie ein bisschen durch die Gegend. Wie kann ich freundlich lächeln, wenn die Otti nicht anruft? Ich bin ganz außer mir, vor lauter Sorge. Herr Chef, wann hat's dich zum letzten Mal angerufen? Na gestern, gestern, aber heute kein einziges Wort. Na bitte, das ist eh kein Problem. Wenn die Frau Chefin erst gestern angerufen hat, kann in der Zwischenzeit nicht viel passiert sein. Na ja, das sagst du. Ja, das sagst du, aber wenn ich daran denke, dass es sich vielleicht mehr entfremdet, dass es in ihrer Heimat besser gefällt als hier bei mir, also ich darf gar nicht daran denken. Ich darf gar nicht daran denken. Bernie, du riechst die Punktln her und ich hol jetzt die Vanillesoße. Ja, aber bitte schnell. Ja, geht. Ja, habe ich die Ehre, Herr Stephan. Ah, guten Abend, Herr Janik. Mein gut, dass Sie da sind. Sagen Sie, ich muss... Wie geht's Ihnen? Sehr gut geht's mir. Wunderbar, ich muss in Ihre Küche. Also müssen tun Sie bitte überhaupt nichts. Und was wollen Sie meiner Kuchel bitte? Nein, Herr Janik, ich bin nicht so laut. Ich will mich gern umziehen. Ja. Als Krampus. Ja, und dann muss ich den Kindern nachher ein paar Geschenke bringen. Ja. Soll ich mich hier von den jungen Damen umziehen? Na, mein Gott, das fühlt sich nicht unverschämt. Kann ich jetzt in die Küche? Ja, gehen Sie bitte in die Küche. Danke. Oh, da passt's auch. Servus. Vorsichtig. Das ist auch Wahnsinn, Herr. Oh Gott. Also, also mein lieber Herr Heberer. Dr. Heberer. Dr. Ja, lieber Herr Doktor. Wenn ich Sie bitten darf... Schon wieder von Zeit. Schon wieder. Ganz locker. Wenn es etwas wirklich Ernstes ist, bringen Sie was schonend bei, Herr Doktor. Am besten so, dass ich es gar nicht verstehe. Am allerbesten Lateinisch. Nein, griechisch. Altgriechisch. Rheuma. Das ist aber ein ganz ordinäres Muskelräuma. Wahrscheinlich sind Sie irgendwo in einen kalten Luftzug gekommen. Was denn Muskelräuma? Muskelräuma hat er heutzutage jeder. Haben Sie nicht etwas Exklusiveres für mich? Ich meine, etwas mit einem klingenden lateinischen Namen. Nein, es tut mir leid. Aber Sie sind doch froh, dass nichts Ärgeres ist. Das ist so, bin ich gar nicht, Herr Doktor. Die anderen Herren meines Alters in der Sauna. Wissen Sie, was die mir alles an Krankheiten erzählen? Kann ich ja mit Muskelräumen gar nicht auffahren. Du, und ich weiß auch, woher du das hast. Weil du immer mit offenem Autofenster fährst, gell? Kann doch nicht dein Ernst sein. Im November, in deinem Alter, mit offenem Fenster Autofahren. Ah, ich weiß, warum. Natürlich, weil das ja so wahnsinnig schick ist. Schickimicki. Ja, man lehnt so locker an der Tür und sagt, hello. See you later. Ganz recht, ganz recht. Also, da sollten Sie wirklich unterlassen. Da können Sie ja gleich eine Eispackung auflegen, die es genauso tut. Ja, wissen Sie, Herr Doktor, ich habe einen neuen Amerikaner mit einer Klimaanlage. Ich habe auch einen alten. Da ist nichts. Der Grobot hat 2,8 Liter. Ui. Da ist nichts. Aber beim Amerikaner, der ist wahnsinnig. Wissen Sie, die Klimaanlage kenne ich noch nicht. Wenn ich einschalte, strong, nicht der Amerikaner, strong, dann ist die Heizung stark, heiß wie in Kairos, strong. Aber wenn ich abschalten will, weiß ich nicht genau, wie man es macht. Ja, da bringen Sie das Auto am besten dort hin, wo Sie es gekauft haben und lassen sich die Klimaanlage erklären. Ich schreibe Ihnen jetzt eine Rheumasäube aus. Oh Gott, das war doch der Rheumasäube, wie das klingt. Da wird man schon 20 Jahre älter, wenn man das noch hört. Nein, also bitteschön, ich gehe nicht in die Apotheke. So, Zizi, da musst du für mich gehen. Na, freilich, natürlich. Sie, lieber Herr Heverer, äh, Herr Doktor Heverer, zu mir kommen ganz junge Leute in die Ordination und die haben genau das gleiche wie Sie. Sowas kann man sich auch beim Sport holen. Ja. Also, lieber Kurt, nachdem diese Gratis-Diagnose jetzt gestellt wurde, nicht wahr? Jetzt wollen wir aber, dass der Herr Doktor ganz privat mit uns über angenehmere Dinge spricht, nicht über Krankheit. Das tut er nämlich die ganze Zeit in seinem Leben. Was ist denn Gratis-Diagnose? Ich bin durchaus bereit, das Honorar zu bezahlen. Kann ja nicht viel sein. Mein Muskelräumer kann doch nichts kosten. Aber bitte Sie, dass Sie sozusagen zur Hausgemeinschaft gehören, dann ist diese Untersuchung natürlich kostenlos. Das ist gar nicht. Wir danken, Herr Doktor. So wird ich nicht verlieben. Aber ich zähle Sie. Das ist ja wirklich keine große Sache. Wie gesagt, im Freundes- und Bekrankenkreis, da passieren mir solche Konsultationen regelmäßig. Dafür kann man doch nichts berechnen. Herr Doktor, bitteschön, noch eine kleine Frage. Ich habe gestern früh zweimal intensiv genießt. Ja. Ist das bedenklich? Jetzt ist aber genug. Sie schauen so fürchterlich aus, Herr Stephan. Herr, 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 Herr Janek, das... Bitte, das weiß ich selber... Achso, warte mal. Er ist sicher. Das weiß ich selber, dass das nicht gerade pädagogisch ist, dass ich als mein... dass ich als der Vater zu meinen eigenen Kindern als Krampus gehe. Aber ich werde Sie schon nicht erschrecken. Ich werde Ihnen heute ganz primitiv die Zusammenhänge erklären. Also bevor Sie ihn an die erklärt haben, sind Sie ja schon geschreckt. Sie schauen so furchterregend aus und dabei haben Sie nicht einmal die Maske noch auf. Bitte, bitte, bitte. Herr Janek, ja lassen Sie... Sie machen Sie mich nicht nervöser, als ich es eh schon bin. Hören Sie zu, Herr Janek, das war eine fürchterlich schwerwiegende Entscheidung für mich, zu meinen eigenen Kindern als Krampus zu gehen. Entschuldigen Sie, warum machen Sie das ganze Theater? Gehen Sie doch einfach hinauf, ja, und geben Sie Ihnen so Ihre Krampus-Sachen. Das kann ich eben nicht. Haben Sie einen Spiegel irgendwo? Nein, wo hab ich gerade... Da kommt in der Reimel kein Spiegel. Weil da haben wir eben... Ach, ja. Schauen Sie, ich hab von der Birgit Sengshirma... Warte, das muss ich mir dazu machen. Na, so sehe ich nichts. So müssen Sie es halten. So? Na, das ist zu hoch. So behalten Sie nicht. Nur ruhig halten Sie. Ruhig. Ich habe von... Wie ist das eigentlich hier? Warte, Sie Hüvener. Warten Sie, warten Sie. Halt Sie das. Halt Sie das. Schauen Sie, kommen Sie her. Au! Was ist das? Au! Sie zwicken mich! Ja, ich gespielt ja nicht anders. Ich hab da so blöde Haare, das zwickt jemand. So. Ich hab von der... Ich hab nämlich von der Birgit... Ist es jetzt zum... Ja, das ist zum... Ich hab nämlich von der Birgit erfahren, dass der Hellmann, ne? Ja. Dass der Hellmann zu den Kindern als Nicolo kommt, um sich wieder einmal einzuweintern, dieser Hausbesitzer. Na ja, da kann ich es doch nicht verantworten, dass ich fünf Minuten später noch einmal als Nicolo kommen. Da würden die Kinder glauben, wir sind deppert. Das stimmt. Dann kriegen Sie ja völlig falsches Weltbild, ne? Ja, also... Ah, Sie, das verstehe ich die ganze Sache. Sie wollen den Kindern beweisen, dass es doch das Böse in der Welt gibt, gell? Ja, na, erstens stimmt das ja. Und na, großartig. Und zweitens kann man ja dem Hellmann nicht so einfach das Feld überlassen. Das macht mich wahnsinnig. Kommt er als Nicolo? Ja. Na, dann komm ich als Krampus. Ja, ja. So, bitte. Na, wie schau ich aus? Ha? Fürchterlich. Ich bin so froh, dass ich kein Kind mehr bin. So, und jetzt werden wir ja sehen, wer auf die Kinder mehr Eindruck macht. Nein, nein, nein. Der Hellmann. Das war ich. Oh, die... Jawohl, ich komme. Oh. Ho, 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 ho. Ein Nicolona. Wie komm ich denn zu dieser Ehre? Hm? Kennst du mich denn nicht? Nein, nein. Entschuldigen Sie vielmals, aber jetzt bin ich überfragt. Umso besser. Warst doch immer ein braves Kind. Also, lieber Herr, wer immer Sie auch sind, aber ich meine, für Frage-und-Antwortspiel bin ich, glaube ich, schon ein bisschen zu reif, nicht? Oma, ich bin's. Der Tommi. Nein, geh weg. Aber die reingeht. Ist doch nicht wahr. Du bist ein Gauner. Ich hab dich wirklich nicht erkannt. Ich hab dich wirklich nicht erkannt. Also, jetzt komm rein da drinnen. Ist noch jemand da? Natürlich. Ja, wir werden. Der Franz leider nicht, aber... Geht dich schon weiter. Ja, geht dich schon weiter. Der Kurt ist da. Oh! Oh! Was sagt ihr? Was sagst du? Ich hoffe, dass hier nur brave Kinder sind. Ja, brave Kinder. Brave Kinder. Brave Kinder. Dann bekommst du 60 Jahre zu spät, Herr Nicolo. Warte mal, warte mal. Wer ist? Tommi! Nein! Servus! Servus. Servus. Servus! Ich war blöd, ich hab ihn nicht erkannt. Nein, wir haben ihn nicht erkannt. Nein, wir haben ihn nicht. Der Heinzi Hellmann hat mich gebeten, an seiner Stelle als Nicolo zu gehen bei den Kindern von der Birgit, weil er Angst hat, dass sie ihn erkennen könnten. Ja, damit ich ihn nicht erkenne, dass ich das ganze Gesicht verpickte. Ist aber gelungen. Oder hast du es sehr eilig? Ja, ich habe es leider wirklich eilig. Ich bin auf einen Sprung hier, ich muss runter in die Konditorei, muss noch ein paar Kleinigkeiten besorgen. Und weil ich das Kostüm schon an habe, habe ich mir gedacht, bringe ich euch gleich euren Krampus vorbei. Wunderbar. Für den Opa und für dich. Ja, morgen Vormittag bin ich beim Opa in der Klinik und da werde ich es ihm geben und danke herzlich. Ja, alle dürfen sich verkleiden, noch Dr. Kurt Heverer nicht. Na ja, kein Wunder, dass man zum Psychiater muss. Also, ich bin ganz verzweifelt, Herr Herr Steffen. Ja, Herr Janik, Sie brechen mir ja das Herz, hören Sie. Ich hatte ja gar nicht gewusst, dass es zwischen Ihnen und der Frau Otti solche Probleme gibt. Und wie? Ich weiß ja überhaupt nicht, ob Sie jemals zurückkommen wird. Ja, wieso? Und angerufen hat sie auch nicht. Was? Sie hat sie nicht einmal angerufen. Nein. Ja, ja. Äh, die... Au! Entschuldigen. Mein Tiefel. Entschuldigen Sie, nein. Aber wenn ich noch länger hier bleibe, dann bin ich völlig verheult. Ich glaube, ich muss jetzt leider gehen. Ich glaube, dass ein Mensch einem verheulten Krampus irgendeinem Respekt entgegenbringt. Also, auf Wiederschauen, Herr Silvio. Und schönen Dank. Habe die Ehre, Herr Doktor. Es war wie immer sehr nett. Schönen Samstag. Wiederschauen, Herr Doktor. Wiederschauen, Herr Doktor. Wiederschauen, Berne. Ja. Und aufpassen auf den Krampus. Ja, ja. Wir passen auf, dass Sie nicht mitnehmen. Nein, bitte selber. Oh, küsst die harte Damen. Ja, darf ich euch helfen? Darf ich euch helfen? Darf ich euch helfen? Darf ich euch aus dem Mantel helfen? Das ist Leihwand. Haha. Silvio. Hm. Silvio. Was ist denn? Ich will nicht Charmeer spielen. Da zweimal großer Mokka ist fertig. Ah. Erst. Ich bin noch viel fertiger. Das Geschäft dreht und der Herr Chef bringt von lauter Trübsinnigkeit überhaupt nichts mehr zu haben. Was Sie machen, wenn wenigstens die Frau Otti anrufen wird, dann wird er sich ein bisschen erfangen und für frische Mehlspeisen sorgen. Ich weiß schon immer, was ich verkaufen soll. Ich auch nicht. So, bitteschön. Da ist der zwei Mokka. Krampus Mokka. So, bitteschön. Alles gut. Das ist nicht so ein Theater. Der Heinze Hellmann hat mich gebeten für ihn einzuspringen bei den Kindern von der Birgis. Das schaut aber perfekt aus. Danke. Wenn du nichts gesagt hättest, bitte. Ich hätte nicht gewusst, wer sich hinter diesem Watteberg versteckt hat. Du solltest mich hören, wenn ich die stimme. Stimmen bitte ein paar Sackern für die Kinder mit. Irgendwas Gutes. Ja. Mach mal. Was ist da drinnen? Mal anschauen. Steffen. Haaaa. Da ist er ja. Der liebe Nicolo. Wieder einmal die Kinder mit süßig weiten Tod stoppen. Was? Keine Widerrede. Glaubst du? Ich habe nicht gesehen, was du hier für Kalorien-Schübe einkaufst, mein Lieber. Aber diesmal werde ich hier einen Strick auf die Rechnung machen. Ich werde nicht dulden, dass du dich bei meinen Kindern als Nicolo einweint hast, du Hausbesitzer, du. Was? Ich werde dir schon gehen, mein Lieber. Was heißt, bremst dich ein? Das ganze Jahr über ziehst du den Leuten hier im Haus den Zins aus der Tasche und jetzt zu Weihnachten oder vor Krampus willst du den seligen spiel, du? Du? Was? Ich werde dir schon zeigen, du. Mein Lieber, nicht genug damit, dass du dich in meine Familie eingestellt hast und dass du die Birgit dazu gebracht hast, dass sie sich letztendlich doch von mir scheiben lässt, du. Jetzt willst du auch noch meine Kinder auf deine Seite ziehen, du. Stefan, ich bin nicht der Hellmann. Ja, du bist weiß Gott nichts Herr Hellmann. Ich werde dir scheiben, ich hätte Lust dir deinen falschen Bart in die Ohren zu stopfen und dir die ganze Maske vom Gesicht herunter zu reißen. Stefan, ich bin der Tommy. Moment mal, ich sehe überhaupt nichts durch dieses Ding. Ja, sagst du bitte. Na, das ist wirklich gut. Na, vielleicht, ja. Ich habe dieses Kostüm nur angezogen, weil er mit der Heinz gebeten hat, dass ich das tun soll. Nur deswegen. Jetzt furchtbar peinlich entschuldige. Ich habe dich nicht gesehen, aber du schaust ja mit diesem Bart auch wesentlich älter aus. So, witzig. Jetzt glaubst du bist ein bisschen fäscher, weil du ein paar Haar mehr auf der Brust hast, Glaubst du, du bist ein bisschen fäscher, weil du ein paar Haar im Gesicht hast? Ja, die kann ich mir jetzt eh wieder aufbecken. Nein, geh weg, jetzt geh ich hinauf zu den Kindern von der Birgit Gefährdeseite. Schöne Grüße an dir. Dankeschön. Schreib's auf, ja. Und du reißt ja ein bisschen zusammen, du Schiefberg. Weißt du, was du bist? Du bist ein Pepp. Na, Herr Krampus, was hätten wir denn gern? Vielleicht ein paar Teufelsroller? Du, pass doch mal ab, ja, Fernie. Halt dich ein bisschen zurück. Hast du nicht gehört, wie der Tommy zu mir eben Depp gesagt hat? Das sagt man doch nicht zu einem Krampus, oder? Das fällt mir nie an. Ach, das wissen Sie ja auch noch nicht. Nein. Dass der Stefan sich von der Birgit hat scheiden lassen. Ach, das tut mir leid. Und Herr Hellmann möchte die Birgit heiraten. Ja? Ja. Und der Tommy, die Dagmar, die will er auch fallweise heiraten. Das schon, Herr. Also ich sehe schon, ich muss öfter zu Ihnen kommen. Durch meine Arbeitsüberlastung in der letzten Zeit bin ich ja überhaupt nicht mehr auf dem Laufen. Ja, wissen Sie doch, das ist eigentlich eine großartige Idee. Wir könnten eigentlich jedes Wochenende eine kleine Sprechstunde abhalten. Ja. Jeder erzählt seine Wehwehchen und so weiter und so weiter. Du, Kurti. Ja. Herr Doktor sitzt von Montag bis Freitag, von in der Früh bis am Abend in der Ordination und bekommt auch noch dafür Geld. Nein, er wird zu uns Samstag, Sonntag kommen umsonst und wird dir Diagnosen stellen. Nein, 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 nein. Wissen Sie, keine Gefahr, so eine Sprechstunde bei einem Arzt, das ist oft wirklich mehr eine Plauderstunde. Die Patienten kommen oft nur, damit sie mit jemandem reden können. Aber es scheint, weil Sie einsam sind. Ja, manchmal schon, aber ein gutes Gespräch, nachdem sich der Patient im Nachhinein besser fühlt, ist ja auch so etwas wie eine Therapie. Nein, ich glaube nicht. Sie haben vollkommen recht, Herr Doktor, wissen Sie, wir haben auch jetzt zum Beispiel, wir haben diskutiert, wir haben uns ausdiskutiert, wie man so schön sagt, und Sie haben mich davon überzeugt, dass alles, was ich habe, eigentlich eine Lappalie ist und ich gar keinen besonderen Eindruck damit machen kann. Na ja, schön, dann gehe ich jetzt das Geschenk für die Zizimaus holen. Kurt, ich sag dir noch einmal, wage es ja nicht, hier als Krampus verkleidet aufzutauchen. Du, ich bin sehr sanftmütig, aber in diesem Fall könnte es dir leid tun, gell? Bitte schön, Hände, wenn du nicht willst, werde ich nicht kostümiert kommen. Keine Freude hat man im Leben. Andere Männer haben eine Modelleisenbahn, Briefmarken, Mensch ärgerte dich nicht. Kurt Hebra hat nichts. Kein Wunder, wie gesagt, der Psychiater gehört ins Haus. Wissen Sie, Herr Doktor, mein Mann ist heute besonders kindisch. Er hat sich eine fixe Idee in den Kopf gesetzt, dass er mir sein Geschenk als Krampus verkleidet, die Bereichen will. Das ist wirklich so was Dummes. Bitte, reg dich nicht auf, vergiss es. Er tut's bestimmt nicht. Nein, das weiß ich nicht. Du weißt was, ich gebe mir noch so ein paar Teufelsholer. Das passt zu meiner heutigen Stimmung. Ich weiß nicht, Herr Stefan, aber Sie schauen auch so furchterregend genug aus. Wenn Sie jetzt noch nach Zwiebeln auch noch riechen, dann können Sie jederzeit bei einer führenden Geisterbahn dienen. Ja, ganz fesch, was? Das habe ich mir aus dem Theater ausgeborgt, das Krampuskostüm. Da der eleganteste Teufel, den Sie im ganzen Fundus gehabt haben, der... So, ich habe einen solchen Hustenreiz, im Moment muss man es zum Trinken geben. Ja, natürlich. Na, aber wirklich, der Kostümchef wollte es ja gar nicht rausrücken, so am Privat, aber mir hat das dann doch herausgegeben. Naja, verstehen Sie das? Wirklich. Entschuldigung, ich habe die Unti noch nicht angerufen. Na bitte, das hätten Sie doch gehört, Herr Chef. Außerdem wäre ich sofort zu Ihnen hineingestürzt und hätte Ihnen sofort berichtet. Danke, danke. Mein Gott, Herr Janik, sehen Sie, so sind die Frauen. Sie lassen einen zappeln wie eine Marionette, bis man mit den Nerven vollkommen am Ende ist. Aber ich sage Ihnen eins, in einem solchen Fall gibt es nur eins. Stark sein, stark sein, stark sein. Ich will aber nicht stark sein, ich möchte nur haben, dass die Otti anruft. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Beehren Sie uns bald wieder, bitteschön. Herr Janik, entschuldigen Sie, dafür würden Sie mir Glauben schenken. Ich kenne mich bei Frauen aus. Wenn Sie jetzt in diesem Moment auch nur die geringste Schwäche zeigen, dann sind Sie für alle Zeiten unten durch. Sie müssen so, Sie müssen so tun, als ob Ihnen das Ganze völlig egal wäre, ob die Frau Otti hier ist oder nicht. Glauben Sie es mir. Bitte, Herr Chef, hören Sie bitte nicht auf diesen als Krampus verkleideten Obermatschuk. Weil, wenn Sie mal drauf ankommt, geht er selber in die Knie. Ja, danke. Also, ich bitte Sie jedenfalls, inständig, geben Sie endlich bitte das alles herunter. Erstens bin ich schon deprimiert genug, verstehen Sie? Erstens einmal nicht. Und zweitens kommen keine Gäste mehr herein, wenn man sie von draußen sieht. Herr Janik, stört es so? Schauen Sie, Herr Janik, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn die Frau Otti jetzt anruft und sie wird anrufen, glauben Sie es mir, dann müssen Sie auf ganz Kohl machen. Dann sagen Sie, was, jetzt rufst du an? Hm, das ist aber ganz schlecht, denn du weißt, um diese Zeit habe ich immer wahnsinnig viel zu tun. Bitte ruf mich morgen an, ja? Morgen. Oder nein, warte mal, weißt du was? Ruf mich am Montag an, weil morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ich bin eingeladen mit einer, naja, ist ja egal. Aber ruf mich spät an und lass bitte lang läuten, weil ich weiß nicht, wann ich nach Hause komme. So oder sowas müssen Sie sagen, Herr Janik. Zum Glück nehme ich Sie nicht ernst, Herr Stefan. Und schon gar nicht in dieser Kostümierung, Schatze. Das war nur gut gemeint, aber eines noch, zu guter Letzt. Mit Güte und Freundlichkeit werden Sie nicht weit kommen. Wissen Sie, Herr Stefan, ich bin nicht für strategische Spiele. In einer Beziehung darf man dem anderen nichts vormachen. Eine Beziehung ist doch keine Schachpartie, wo es nur darauf ankommt, den anderen zu besiegen. Jawohl. Bravo, bravo. Jetzt hat er es Ihnen aber ganz schön gegeben, der Chef. Na ja, bitte. Ich werde schon merken, wie weit er damit kommt. Sag einmal, Apropos kommen, wo ist eigentlich der Tommy so lang? Schön lang, so wird der Eis hier in diesem Pelz. So wie ich den Tommy kennen wir, dass er eine Sache besonders lieb und besonders ausführlich macht. Mhm. Zu trinken gibst mir auch nichts. Na dann pass auf, dann pack mir ein paar von diesen Krampus-Sachen ein. Ich schau ein bisschen zu den Lafitz hinauf, wie es denen geht. Möchten Sie wissen, wo der Kurti so lang bleibt? Bitte, ich reg dich nicht auf, wie ich ihn kennen werde. Der hat wahnsinnig lang gebrauchen, bis er das Geschenk eingepackt hat. Bitte, bitte, falls er wirklich hier als furchterregender Krampus auftaucht. Keine Angst, meine Damen. Ich bin ja auch noch da. Nein, nein, nein. Also mit Sie, damit werde ich schon allein fertig. Nein, nein. Aber wenn er wirklich das getan hat, na, dann wird ihm dieser Krampus lange in Erinnerung bleiben. Das gefällt mir aber, was du für eine streitbereite Person bist. Fabelhaft. Du hast sehr viel Selbstvertrauen gewonnen. Ich gratuliere dir. Du, Leute, du, kann ich auch bitte? Lass mich aufmachen. Wahrscheinlich ist es der Kurti. Gut. Ich will gleich schauen. Aha. Jetzt bin ich neugierig. Oh. Der ein Versprechend geholfen hat. Ach, also das, also das. Das wird dir aber jetzt. Dann Krampus aber jetzt. Wirst dir aber leid. Und warte, das ist dafür, dass du mein Erschreckung bist. Und das ist dafür, dass du dein Versprechend nicht behalten hast. Frau Hewerer. Ich bin's, ich bin's. Bist nicht du. Aber nein, ich bin's, der Stefan. Warte im Himmel des Gutes. Oh mein Kreuz, ich kann mich überhaupt nicht mehr auf. Das tut mir furchtbar leid, Stefan. Na ja. Was ist passiert? Aber nein, ich hab jetzt einen Hexenschuss. Ach so. Und jetzt hab ich eine falsche Bewegung gemacht. Ja, ist das. Das schadet mir wieder ehrlich. Der Beklatet ist der Kurti. Ich bin so der Kurti, das brauche ich auch nicht mehr mehr. Aber jetzt nicht. Schau. Oh, was ist denn? Nein, nein. Es ist was Schreckliches passiert. Ich hab den Stefan für den Kurti geholt und hab ihn so mit der Rute verdroschen, als wenn's der Kurti... Nein, bitte, Sie können ja nichts dafür. Das ist mein blöder Hexenschuss. Sie haben mir also mit der Rute und ich hab eine falsche Bewegung der Tarnung gemacht und jetzt kann ich mich nicht mehr aufreden. Das ist ja direkt dein Glück, mir gefraut, dass ich meine Ordination heute lange nach bei Ihnen hier aufgeschlagen habe. Aber bitte, Sie kommen's her, Herr Baraki. Gehen wir vielleicht in die Küche und ich schau mir das näher an. Bitte entschuldigen Sie, man soll halt niemanden erschrecken, ohne sich vorher bei Ihnen vorzustellen. Kein Problem, meine Damen, ich sorg schon dafür, dass Sie nicht im rechten Winkel noch ausgehen. Stefan, es tut mir furchtbar leid, entschuldigen Sie. Das ist furchtbar. So, bitteschön. Das ist zwei Soda und Wasserzweig. Macht 45 Schilling. Ja, 50 bitte. Danke, Frau Mittel. Soda. Geht schon. Danke. Na, da haben Sie einen Zehner. Wir hören Sie uns bald wieder. Schauen Sie wieder vorbei. War doch lustig. Sehr lustig. Na, was sag ich? Was ist denn? Gibt's genug zum Arbeiten? Los bitte, der Vesel. So, bitte darf ich Ihnen in den Mantel helfen. Ganz ruhig. Ruhig, ganz ruhig. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Küss die Hand. Ruhig bleiben. Wenn jetzt das Telefon leutet, nicht aufrehen. Ganz ruhig bleiben. Und nicht merken lassen. Ganz cool bleiben, dass die Stimme zittert. Herr Chef, zum Hanfried Bogart muss man geboren sein. Das kann man nicht so einfach erlernen. Bitte, bitte. Misch dich jetzt nicht ein, wenn ich mein autogenes Training mache. Räum lieber die Tische ab, bitte. Schrotz. Sie könnten mir überloben, dass ich heute die Punsch-Krapfel-Rekord gebrochen habe. Ja, das stimmt. Das stimmt, bitte. Weil so viel Punsch-Krapfel wie heute haben wir bitte noch nie verkauft. Ich meine, gut. Es war ja eigentlich auch nichts anderes zum Verkaufen da. Ja, gut. Gut. Ich weiß ja eh, dass ihr beide in Ordnung seid. Aber ich versichere Euch, wenn die Otto jetzt anruft, dann schmeiß ich mich in die Kuchel und mache Meter, Meter lang schöne, schöne Opfelstrudel. Frische Opfelstrudel. Wenn das so ist, dann könnten Sie ja gleich so, naja, sagen wir eineinhalb Meter für den Berni und für mich einrechnen. Für dich genügt ein halber, ja? Der Berni kann ruhig einen ganzen. Also jetzt verschwind. Oh, bitte. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ganz cool bleiben. Und ja, nicht zeigen, dass du mit den Nerven völlig fertig bist. Ja. 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 Ja, hier. Janek. Otti. Otti. Du, ich bin, ich bin so glücklich, dass du, dass du anrufst. Dass ich endlich deine Stimme wieder höre. Ja. Ja. Weißt du, du? Du hast keine Verbindung bekommen. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Jetzt höre ich ja deine Stimme. Jetzt können wir doch miteinander reden. Du, ich... Gott. Du... Du gehst mir so ab. Nämlich cool, der Chef, ha? Völlig Humphrey Bogart, ha? Ja. Ja, Liebling. So. Und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt kann ich wieder auf. Versuchen Sie sich auf. Ganz vorsichtig. Na, geht's? Na, fabelhaft. Sie sehen. Mit dem Kreis werden Sie hundert Jahre... Sie sind dein Hexenmeister. Hexenschussmeister. Das gibt's ja nicht. Alter so. Sag mal, das... Das ist ja... Das... Es ist weg. Wann boggelt mir... Wir haben eine Ente. Mein Gott, jetzt muss ich aber der armen Frau Heverer noch einmal sagen, dass sie wirklich nichts dafür kann. Weil diesen Hexenschuss habe ich immer wieder. War? Der kommt öfter? Na ja, der kommt... Also dann würde ich Ihnen schon empfehlen, dass Sie einmal zu mir hinunter in die Ordination kommen. Ich glaube, ich weiß da ein sehr gutes Mittel. Also... Sie meinen, Sie könnten mir da auf Dauer helfen? Ja, ganz bestimmt. Na, ich bin vorbeischauen. Aber wissen Sie... Na, ist gut, Herr Doktor. Ja. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Jetzt gehe ich zu meinen Kindern. Ja. Aber als Zivilist, weil vom Krampusspielen habe ich für heuer wirklich genug. Ah, sind Sie auch davon geheilt. Ja, was heißt? Bewegung! Entschuldige, Herr. Ja, was ist denn schon wieder? Ihr habt noch zwei Flaschen Schampus. Die werden warm. Darf ich Sie einen Moment? Ja, bitte schön. In den Eisschrank. Geht ganz schön. Wenn ihr uns nicht hättet. Ja, ja, ja. Ja, was schon. Ja, was sehe ich denn? Der Stefan, der Stefan. Als Krampussverkehr. Ja, ja. Als Krampussverkehr. Moment! Darf ich eine großartige Idee? Sagen Sie, waren Sie in dem Aufzug schon im Wohnzimmer drin? Nein, soweit bin ich noch nicht gekommen. Bitte, Herr Stefan, halten Sie einen Moment an. Ja, würden Sie mir einen, würden Sie mir einen ganz großen Wunsch erfüllen? Bitte, leihen Sie mir einen Augenblick, das Kostüm. Was ist das Kostüm? Ja, bitte, bitte, das Kostüm. Ich gebe es Ihnen dann gleich zurück. Warum, warum? Nein, 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 das kann ich nicht sagen. Wilde Hilde, will Sie, zieht Sie mir auch so ein bisschen überraschen. Ja, ja. Lieber Herr, Herr Doktor, ich weiß nicht, ob das auch gar so gute Idee ist. Na, wieso? Na, ja, Moment. Also, eigentlich habe ja ich etwas bekommen, was eigentlich für wen anderen bestimmt war. Na, insofern finde ich das schon ein bisschen ungerecht. Ja, wie meine Sie das, Herr Stefan? Na ja, wie meine ich das? Ich meine, es ist schwer zu sagen. Wissen Sie was? Ja. Ja, kommen Sie, würden Sie sich als Garderober bitten, Herr Daher, dass Sie sich da einsparen, aber wir werden an der Zeitdruck. Aber gerne, ja, ja. Darf ich zugehalten? Ja, vorsichtig. So, wo ist vorne, bitte? Moment, vorne ist da, wo die Hörner sind. Die Hörner sind. Langsam. Das ist ein bisschen verschwitzt die Geschichte. Kommen Sie her. So, Moment. Herr Doktor, wie komme ich? Ja, Moment. Jetzt müssen Sie, ja, da, da, jetzt müssen Sie erst das Dings hier auf. Ich sage mal, welche Oberweite haben Sie? Oberweite, weiß ich, 56. Was haben Sie? Na, Unterweiter haben Sie mehr. Ja, ja, Moment. So. Ja. So. Na, und wo haben Sie eine Route? Route? Route. 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 Ja, ich sage Ihnen, die Zizi-Mask, die wird schade. Die wird schade. Sie auch, Herr Herr. Sie auch. Die wird schade. Komm, mit der Route. Und dann werde ich sagen, sitz dich nieder, Zizi, werde ich sagen. Und dann hat er die Maske nieder. Ja, und dann Schokolade. Und dann Zizi-Mask. Und Zizi-Mask. Und Zizi-Mask. Wollte ich die Maske? Ja, bitte. Warte, bitte. Achtung, Hörner einziehen. Wo? Na? Bitte, wie komme ich? Ja, bitte. Ah, bitte. Und dann schaut er mit der Naht nach dem Auge her an. So, jetzt. Jetzt. Wunderbar. Warte. Wollen Sie die Hosen auch noch? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Sie haben ja... Sie haben ja... Sie haben ja... Sie haben ja... Und dann Rute. Und dann Rute. Rachtraken ziehen Sie... Endlos Rute. Sie können sich vor Januar bis jetzt erinnern. Und in der frühen Morgenreile. Rute. Wir werden das... Ja, Moment, was haben wir Geschenke? Ja. Und die Flaschen? Die Flaschen... Das war alles für Ihre Zizi-Mask. Es werden Stunden, das sehen wir. Aber die rechte Hand sind... Zitzel und Schokolade, wenn man es... Schokolade! Zitzel, das sch... Zitzel, das sch... Sie gehen gleich mit und tragen... Stefan, viel Schokolade! Schokolade? Zitzel, komm her! So, so gut, ruhig. Zitzel, keine Widerrede! Zack! Das stimmt! Das stimmt! Unser Der Excel. b